Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Unpackaging. Wir packen heute aus Charlie Brown von Pits. Man sieht schon, wunderbare Packung. Snoopy, Charlie Brown, drei Päckchen Bonbons. So, wie leicht lässt sich dieser ganze Kram jetzt auspacken? Pursure to open. So, Snoopy halb abgerissen. Gucken wir zuerst Charlie Brown an. Klassische Pilzgeschichte. Drei Pilzpäckchen dabei. Orange, dunkelorange, grünorange. Wir starten mit, okay, grünorange ist wahrscheinlich Erdbeer, gelb-orange Zitrone oder einfach Plastikpäts. Gefühlt 100 Jahre her, dass ich diese Dinger ausgepackt habe. Ah, ich erinnere mich. Man sollte, glaube ich, darauf achten, dass die ganze Geschichte in einer Reihe bleibt. Das hat früher schon nicht geklappt. So, ihr könnt euch zwischendurch einen Kaffee holen gehen oder wie auch immer. So, ich nehme jetzt mal die Hälfte hier. So, wie war das? Rausziehen, füdern, den Rest nachschieben, zusammenschieben und auf geht's. Aufessen. Ja, soweit. Ganz spektakuläre Geschichte. Tschüss. ...